Oh, da hinten sind ganz viele Pipodinos. Warte, warte, warte. Und schon wieder eine Witch. Und... Peng. Und... Peng. Und... Peng. Die Frage ist, wo ist die Witch? Da ist ein Splitter. Da ist die Witch. Pass auf! Oh ja, toll! Fuck! Oh, Splitter! Da muss ich die noch hochholen. Da war noch eine Witch. Da war zwei? Hilfe! Ja, ich bin dabei. Wir müssen erst die kurze Abwahrung die Witch umbringen. Ich habe... Das Schlimme ist, ich dachte, das wäre ein normaler... ein normaler Zombie gewesen. Das wäre da nicht draufgehalten. Wartet mal kurz, ich halte mich mal eben. Ja, ich betreue dir. Hat noch einer irgendwas an... Ich habe Pillen, warte mal. Ja, kannst du mir die vielleicht geben? Ja, wo bist du da? Hier. Ich habe noch einen Medipack, ne? Ihr könnt übrigens unten bei den Symbolen... sehen, was wer hat, ne? Ja, ja. Ah, geil. Ich habe noch volles Heil ergriffen. Warte mal, ich hole den vom Dach. Nice. Okay. Das hat funktioniert. Das nächste Medikit ist aber meins. in dem Häuschen da vorne müsste eigentlich für gewöhnlich was liegen. Wow. Äh, Leute, party ich von hinten. Ich habe schon das Feuer eröffnet. Ciao, ciao. Nein, so hier. Sorry, aber ich muss mich ein bisschen hinterrollen. Smoker... Wir haben einen Jockey. Oh, Pumpern. Oh, den habt ihr. Äh, hier liegen Pillen. Ich brauche keine Pillen. Die brauchen richtige Heilung, sonst gehen wir uns zwei drauf. Nimm aus, kriegen kannst. Ich nehme erst mal die Pillen mit und... Warte mal. Ah, Schrollflitte. Oh, ich brauche Abo. Witzigerweise, ich bin derjenige mit der Sniper-Waffe und habe am wenigsten Ammo-Probleme. Ja, weil du weniger schießen musst. Ja, ich höre schon wieder eine Witch. Ja, schon wieder. Da hinten muss er oben sein. Nee, da ist er. Ich ignoriere sie einfach. Das Problem ist, die wird oben hocken, die können wir nicht ignorieren. Nee, das heißt, wir müssen sie irgendwie loswerden und wenn sie mich angreift, bin ich hinüber. Dann geh lieber hinten. Also ich bin, ich werde nicht derjenige. Ich habe sie gefunden. Okay. Warte, ich habe, nee, ich habe gar nichts, vergiss es. Okay, den habe ich verfehlt. Piss dich. Am besten wartest du, bis sie ziemlich weit weg ist, dann kannst du ein bisschen auf sie sniperen. Soll ich jetzt? Ich sehe sie. Ich habe ein Schussfeld. Ja, dann mach am besten. Ich habe sie im Schussfeld. Und bam. Und hab sie. Jetzt kommt sie von der rechten Seite. Halt einfach weiter, wenn Fluss runter drücken soll. Ich habe mir hier einen Weg bestellt und die wurde durch mich geslaut. Umso besser, weil die wollte auf mich zurennen. Die hätte mich ge... Klar, du hast sie aufgeschreckt. Echt, die geht dann immer auf den, der sie aufgeschreckt hat? Ich gehe zuerst auf den, der sie aufschreckt. Ich dachte, die geht dann auf das nächstliegende Ziel. Ich höre schon wieder eine. Oh, hier sind Fässer. Voll ins Knie. Und auch Container. Oh, Kettensägen. Nee, dann brauche ich nicht. Ich habe meine andere Waffe aufgegeben. Wir dürfen sie wieder verteidigen, nehme ich mal an. Oh, den Aufzug soll ich da rauf drücken? Nein, bitte noch nicht. Noch nicht. Nee, nee, wir verteilen jetzt erstmal die Kanister, die wir da vorhin gesehen haben. Oh Gott, ich werde so drauf... Das sind aber verzögerte Gas pullen, ne? Ich werde so drauf gehen, ey. Das ist ja scheiße, Karl, wir haben da was liegen zum draufhalten. Oh, Shadow, hier ist noch eine Spritze. Oh, wo brauche ich? Ich brauche wenigstens etwas. Ich hänge hier echt am Seitenwasser. Ich kann nicht einmal heilen, ich habe noch einen Heilpast. Das wäre nicht schlecht, kann ich gut gebrauchen. Ich hebe die immer bis ganz zum Schluss auf, weil... Ich lade erstmal nach hier. So, ich habe noch einfach Filme. Oh, scheiße, mein Uzi hat kaum noch Schuss. Du hast dich geheilt, Milchi. Oh, Kacke, Entschuldigung. Milchi, du bist so ein Lappen. Ah, hier, dann, da, da. Hier, Shadow, nimm die Pillen. Hier. Ja, ich heilig. Entschuldigung. War nicht gefragt. Doch, ich wollte... Ich habe noch so geguckt, so. Da gebe wenigstens deine Pillen. So, habe ich. Ja, wollte ich ja machen. Oh, Leute, liegen hier irgendwo noch Waffen? Also irgendwie was mit Schuss. Ansonsten gehst du einfach nochmal runter zum Wagen mit mir und dann deckst dich ein. Ich renne nicht da ganz runter. Und das ist... Ja, jetzt kommen dann gleich ein Arsch voll Viecher, also... Okay, ich trau mich dann nur nicht alleine runter. Ich komme mit, sagte der Typ, der... Ich werde nicht... Ist das ein... Okay, das ist ein abspackender Zombie gewesen. Ich dachte, das wäre eine Witch. Ich trau mich da nicht runter, das klingt aber so böse. Ich bin dort da. Ich habe meine Handcannon, ich habe keine Angst. Wo ist der Truck? Direkt vor euch. Nein. Hä? Der hier. Oh, Mäschi! Oh, shit. Oh, shit. Oh, kacke. Ausgerechnet jetzt. Wieso kommen da auf einmal so viele? So, jetzt habe ich das Problem. Ja, kannst du mal stillhalten, ja. Ja, wie soll ich denn die schön... Und Hunter auch noch, ja, super. Leute, ich renne einfach mit den Zombies mit hoch, das funktioniert irgendwie. Glückwunsch, jetzt brauchst du Medi-Pack. Tja, Mensch, ich glaube, das nennt man Karma. Fick dich. So, weil ich voll Spaß gedrückt habe, muss mir jetzt kein Roman halten. So, also, ihr habt verletzt, ich habe keine Ammo. Wie geht's weiter? Wir drücken den Knopf. Ja, toll. Wir drücken jetzt einfach den Knopf, weil ich sterbe hier nach und nach. Ja. Na, toll. Okay, Leute, kesselt euch ein. Wir müssen jede Seite abriegeln. Okay. So. Oh, Gott. Das wird so uncool. Also, mir geht's gut, Jo. Ja. Ja. Ja, denn da. Ja. Oh, Job. Starrt er. Oh, was? Alles. Hab ich gesehen, hab ich gesehen. Ihr dürft direkt wieder runter. Oh, doch, ey. Bauarbeiter, könnt ihr sterben? Ja, das könnt ihr. Das ist so eine einfache Arbeit hier. In die Tür stellen, Ketten zickern und zu gucken, wie sie reinrennen. Oh, Splitter. Wo denn? Tod. Aber der läuft da noch aus. Oh, Doppelhandkanon. Ich bin grad so... Warum warten wir eigentlich? Auf den Baustuhl. Er ist da. Ui, komm. Und schon wieder hin? Schon wieder hin, Will. Ich hab sie gesehen. Ich hab sie gesehen. Können wir sie von hier aus angreifen? Nee, ne? Nee, lass mal nicht machen. Ihr seid fast tot. Ich hab fast keine Ammo mehr. Ähm, wenn wir jetzt rauskommen, die erste Hütte, dann müsste für gewöhnlich immer ein bis zwei Medipacks drin sein. Das werden wir hier und ich auch brauchen. Okay. Also ich kenn's eigentlich nicht anders, dass da mal kein Medipack drin wär. Oh, da hinten die Ecke ist die Witch. Oh. Ich seh sie nicht. Die sind in den... Könnte an diesem mega hohen Gras liegen. Okay. Boomer, kurze Rohrbombe. Jetzt bin ich enttäuscht. Nichts, was mich irgendwie retten könnte. Jetzt bin ich echt enttäuscht, oder? Das wird scheiße. Ja, warte. Oh, scheiße. Hilfesmoker. Wo ist die, oder? Wo ist diese scheiß Witch, ey? Die ist da bestimmt irgendwo im Kornfeld, ey. Die ist im Kornfeld drin. Ja, das ist hinter vorzig. Das wird im Kornfeld. Wir orientieren uns hier im Mittelpunkt an dem Rohr. Ja, auf dem Rohr laufen. Kann ich gerade vorschlagen. Der Trick funktioniert. Sekunde, Sekunde. So. Die beste Methode. Weiter gehen, auf der Schild zu. So, kommt mal hin und zurück. Okay. Einfach dem Rohr. Und macht eure Taschenlampen aus. Okay. Na, ist die aus? Ja. Lauf. Einfach schnell vorbei laufen. Einfach vorbeilaufen. Nicht mit denen stehen bleiben, Taschenlampen aus, nicht angucken. Ich bin jetzt, ich renne jetzt hier einfach durch. Okay, hallo. Bäm. Okay. Oh, scheiße, ich seh nichts. Okay, wir haben ein Problem. Ja. Also ich bin draußen, orientiert euch an mich. Oh. Deswegen. Seid ihr da? Okay. Ich bin mitten in das Vier reingelaufen. Oh, nehm ich mit. Oh, jetzt kommt da raus. So. Ah. Die hockt da drin, oder? Oh, danke Gott. Oh, hier ist Schutzraum. Schutzraum, hurra. Bitte. Warte mal, da liegt noch was. Oh, alter, scheiße. Oh, alter, scheiße. Achso, leiser. Ah. Danke. Alter. Das ist leicht verzweifelt. Was ist los? Ich knippe ja nur fast ab. Oh, Gott. Oh, 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 oh. Ich hasse es, wenn ich keine Ammo hab. Das ist so kacke. Ich bin, ich bringe tausend Schaden, Alter. Ich bin der Witch Overkiller. Alter. Ich liebe meine Fangirls. Alter Schwede. Oh, wenn sie mir den Bauch aufschneiden wollen. Oh, erst mal heilen. Gibt von dir die anderen nur deine Organe. Erst mal heilen. Oh, ich fühl mich wie neu geboren. Hol einfach bei Tank schlechter Null. Einfach nein. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Ähm, Vivi, halt dich einfach mal. Ja, ich bin gerade erst geladen, Leute. Achso. Zulassen, Leute. Ah, nee, nee, warte. Äh, nein, wo ist meine Waffe? Da. Nein, doch. So, warte mal, lass mich kurz gucken. Was brauchen wir hier schon? Ja, willst du rein? Ja, willst du ein Stückchen von mir? Ich nehme mal ein B-Feed mit. Eine B-Feed mit. Was haben wir denn hier so an Waffen? Da liegt noch Boomer-Kotze. Neh mich mit. Das ist M16. Ich nehme die Boomer-Kotze mit. Sturmgewehr. Ich auch Boomer-Kotze. Aber warte mal, ich nehme dann hier Molly. Warte mal, wie schießt die so? Lass mal gucken. Molly, wir müssen nur durchkommen, ne? Da ist Boomer-Kotze besser. Ich habe Windislau auf dem Rücken. Ich mache einen Autofilm. Soll ich eine Rohrbombe oder einen Molly-Bot-Nee? Sie haben das Benzin. Jetzt soll zum... Seit wann haben wir das Benzin? Hä, what the fuck? Jetzt gerade geholt. Wir sind in der Tankstelle, Alter. Die eine ist voll durch die Tür geglitscht. Ach, so läuft das. Jetzt verstehe ich. Warum können wir nicht auf die Tankstelle schießen, die dann explodiert? Das wäre voll cool. Das kannst du an manchen Situationen, wo es Tankstellen gibt. Überall, wo es Aral-Tankstellen gibt. Oh ja, was geht denn jetzt ab? Es wird der Heavy Rain. Alter, das ist ein Sturm. Let us play the storm. Stop storm. Alter, was? Okay, das wird jetzt echt Heavy Metal hier. Die Infizit rennet alle dahin. Ja, dann raus hier und weg. Alter, wo sollen wir überhaupt hin? Ich habe das Rohr gefunden. Ach, wieder zurück? Ja, wo sind wir zurück? Oh, wo? Oh, wo? Oh, wo bist du? Röhrig. Röhrig? Ah, hier, Rohr. Rohr. Holgett mir, ich führe euch. Oh, scheiße, ich höre was, was nicht cool ist. Lass die Taschenlampe aus und, ne? Blick aufs Rohr und weiter. So weit auch wieder nicht, Michelle. Ups. Da, in den Fahrstuhl. Kommt rein, bitte. Irgendwas war da noch. Ja, da war noch ein Hunter. Ein Hunter? Mit Huntern möchte ich nichts zu tun haben. Hunter sind mir unangenehm. Ich mag Hunter nicht. Alter, der Sturm, ne? Meine Fresse. Deswegen heißt das Kapitel wohl der Sturm, ne? Ah. Negi! Hi, Leute. Ja, ihr wollt es aufdrucken haben. Ich verstehe das. Komm, ich drucken euch ab. Mit einer Shotgun. Irgendwie, lass mich in anderen bleiben. Also, wenn du da an mich nicht drucken bist. Sag mir nicht, die Witches sind schon wieder da. Hier ist irgendwo ein Hunter. Hör! Und der entlangt hat die Taschenlampe an. Scheiße! Und ein Smoker, kacke. Smoker, mir wischt. Das Nervige war, ich wollte eigentlich auf meine Handcannon wechseln. Und dann abhauen, aber hat nicht funktioniert. Oh, Mann. Oh, ich hab den Hunter gefunden. Ja, ich hab den gefunden und der wollte mich erst mich in... Ah! Ups, da geht's ja runter. Ja. Listen to the Song of Storms. The sun is making me complain. In the fire, fire, fire. We could really need some rain. Rain. Ich bin lieber hier aufhauen. Äh, warte mal kurz. Ich glaub, Schöne will sich heilen. Boah, Alter, wie das hier aussieht. Alter, was das hier abgeht, ey. Das nennt man Sturm. Was du nicht sagst. Und the flame will carry on. Aber ich find das irgendwie total cool gemacht. Oh, Mann, oh, Mann. Kommen wir da rein? Hier, geht's hoch, aber... Oh, oh, irgendwas. Charger. Scheiße. Oh, Tanks. Oh, kacke, Tank. Okay. Charger tot. Ja, aber der Tank kommt gerade an, Leute. Ich komm doch nicht weg. Mann. Noch einen Schuss auf mich und ich kümle mich. Wo ist der Tank? Ich seh nicht mal. Der ist irgendwo unter uns. Der hockt bei den Silos. Da muss er erstmal einen Weg finden. Er ist oben. Kacke. Warte. Ich ihn seh... Da ist, ich seh. Oh, runtergefallen. Gut, ich runtergefallen bin. Scheiße. Runter hier. Wo bin ich? Oh, was bist du? Sorry, sorry. Alles gut. Hier zu Recht zu finden ist echt kacke. Ja. Das Problem hab ich hier gerade. Und der Tank hat's auf mich abgesehen. Oh, ich hab ihn. Scheißdreck hat er. Ich bin fast tot. Äh. Ey, das ist manchmal echt nervig. Du wirst von Seiten festgehalten. Hier sind Waffen drinne. Ja, das muss man da hochkommen, ey. Ich muss hier weg, erst mal. Das muss ich. Oh, danke. Ich geh mal ne andere Route hier. Falls jemand Waffen braucht, hier sind Waffen drinne im Haus. Okay. Erst mal wieder da reinkommen. Was? Oh, fuck. Splitter. Äh, ein Spucker. So, ist aber tot. Ich weiß nicht, wo ich da lang muss. Ist egal. Aber da hättest du wieder ganz hinten lang müssen. Ist es jetzt egal. Ich hab nur noch zwei Schuss in meinem Gewehr. Sonst hab ich Pistolen. Dann nimmst du halt Pistolen. Okay. Als Munition, dann geht mir nicht gut. Aber ich bin schon wieder am Krepieren. Danke. Ich hab ne volle Schnellfeuerwaffe, Doppelpistolen und eine Rohrbombe, hab ich auch noch. Ich hab nur ein Defi und jetzt meine Pistolen. Naja, Defi, Defi hab ich auch. Oh, hier sind wir. Oh, hier sind wir. Nimm ich die Uzi. Okay. Jetzt hab ich die Uzi. Das sollte mich ein wenig oben halten. Mhm. Jetzt sind wir hier. Äh. Charger. Charger. Oh, Schelle, komm weg da. Du hast kaum noch Leben. Scheiße. Ich hab gedacht, ich krieg ihn vorher noch. Jetzt überschätze ich meinen Schaden einfach. So eine Scheiße. Ich aktiviere den Humpla. Humpla. Humpla, die Humpla. Oh, Humpla. Geht mir da runter, ja, ne? Hab ihn. Das heißt, ich bin Splitter. Okay, das wird knapp hier. Splitter ist ein Arschloch. Ist der tot? Ja. Ich hab die zweite Pfütze gesehen. Oh, ey, wir brauchen was zum Heilen, Leute. Ich kann Tote wieder beleben. So mächtig bin ich. Aber ich kann hier irgendwo auch. Ja, das kann ich auch. Da war er. Rein da, rein da. Hier muss es doch irgendwo was geben. Also, ob sie gekauft hat, wie sie gezielt hat. Verdammt mich. Ein Baseballschläger. Das hilft ja so viel. Ah. Kettensäge. Nichts an Heilung, ey. Das ist so ätzend. Oh. Oh. Ich hätte sie hier jetzt. Oh, cool. Ein Leben. Ich wurde angeklopft. Warte. Ich bin schlicht. Ich mach mal. Oh, komm schon. Mach. Ups. Entschuldig. Verpisst euch. Und hab dich. Oh, knuddel mich. Knuddel mir. Oh, jetzt wird es echt knapp hier. Jetzt wird es echt knapp gerade. Also, jetzt haben wir hier echt. Oh, wartet auf mich. Ja, die können nicht warten. Das sind Ego-Arschläger. Ne, wir suchen irgendwo was, was uns... Ey, der Einzige, der hier halbwegs noch lebt, ist Michi. Oh, Schutzraum. Cool, wir haben es geschafft. Was, echt? Ja, Schutzraum. Aber nicht für euch. Schnauze. Ja, ihr dumm Penner, Mann. Ja, ich dachte, wir wären schon drin. Alter, wie haben wir das überlebt? Ich hab keine Ahnung. Wir haben wirklich nur um uns geschossen. Tanks töten kann ich gut. Oh, Wigidors. 1.111 Schaden gemacht. Krass. Schnappzahl. Ja, Witchking. Bleib auf dem Boot. Bleib auf dem Boot. So, warte mal, ich brauch jetzt mal was zum Heilen. Scheiße, hier liegt gar nichts mehr, oder? Äh, warte mal, ich hab hier... Weißt du was, hier du... Ich pack mal den Devi mit ein. Weißt du was, du hast es schlimmer, hier. Wenn ich draufgehe, hab ich immer noch ein Devi hier rumliegen. Ich hab auch noch ein Devi mitgenommen. Äh, Vivi, du brauchst Heilung, ne? Ja, aber ich hab meins grad wohlgegeben, weil da war schlimmer dran. Ja, ich hab noch ein Silber. Ja, aber die ist mal rechtsklick, ne? Ja, ich hab... Ich zeig mir das Wesens an. Ich hab Vivi noch die Drogen gegeben. Äh, nimmt noch einer die Boomer-Kotze mit oder einen Molly. Ich hab einen Molly. Äh, ne, soll ich eine Boomer-Kotze mitnehmen? Ich nehm eins, ich nehm das andere mit. Was andere? Wie? Ja, ey, wenn du eine Boomer-Kotze... Ähm, du hast eigentlich eine Rohrbombe, die ist ziemlich gut. Okay, dann nehm ich die Rohrbombe. So, und ich glaub... Ich hab den Boomer-Kotze. Hm. So, nochmal aufladen. Gut, ich glaub, ich geb mein Sniper-Dasein für heute mal auf. Äh, Sniper bei dem Wetter. Ja, ich hab das gemerkt, ich seh nichts mehr. Aber Leute, wir sehen jetzt schon mal viel besser aus als eben. So. Ach, hi. Nagi! Schöne Nacht, was habt ihr einen Yaku überlaufen lassen. Oh, ja. Erstmal die starken Linien ein bisschen verbossen. Erstmal mit der Kettensäge durch die Menge. So. Nagi! Ah, hier ist doch! Da, Cookie. Wir knurren was. Ich hab dafür jetzt den Molly mitgenommen. Irgendwas hab ich erschossen. Oh, was knurrt hier so. Ein Boomer, oder? Könnte ein Boomer sein. Könnte was anderes Hässliches sein, was wir nicht sehen wollen. Also von der Tonlage her ein Boomer. Boom. Oh, Tank. Okay, wir waren alle falsch. Er werden mich auch. Wieso wäre der schon wieder mit? Oh Gott. Weil du am nächsten stehst. Okay, das war knapp. Komisch, irgendwie die Dinger, die immer am nächsten, also die Viecher, die auf die Gegner gehen, die am nächsten sind, das sind aber die, die auf mich wollen. Blöde Vase. Alter, sogar das Klo ist Land unter. Geil. Was, Alter, was der Flohmann? Oh, nee, das ist ein Jockey? Klang wie ein Jockey. Wenn ja, möchte ich damit nichts zu tun haben. Wenn, schau, schau. Wow. Jetzt werde ich noch ein Jockey in den Weg. Nagi, jungs. Nagi, 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 nagi. Ich hoffe, so ein Nagi zu sein, du Arsch. Oh, okay. Okay. Okay, das hat auch funktioniert. Ja. Bam, 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 bam. Lade nach. Ist da vorne was im Auto? Nee, ne? Ist hier was auf dem Dach? Nö. War doch ein Zombie. Los, kupsen runter. Müssen wir da oben lang? Nee. Cool, noch ein Defi? Hier liegt noch eine Chunk. Ich kann nicht mitnehmen, ich hab schon einen. Dann, ne, ich den. Musst du. Da vorne bei der Ambulanz. Ah, fuck. Oh, oh. Scheiße. Ja, klar. Wir brauchen keine 3D-Fies. Ähm. Oh, das ist ein Hunter, aufpassen. Hunter-Tor. Extra hier. Und der Molotor von mir war aber gut gesetzt. Ja. Ich spare mir meinen noch. Na, ich hab gedacht, hier, dann kommt die uns hier nicht rein und treffe ich eventuell den Hunter noch. Na, war mir zu eng, weil es gab uns abzufuckern, also warum lasse ich da immer sowas immer gern. Oh, ich rüsste hier sowas gern. Oh, guck mal, die Rutsche. Ja, von meinem 3er nach weg. Geht ihr von meiner Rutsche? Das ist meine Rutsche hier. Ich hör wieder auf Sui. Nee, nicht Hunter. Äh, Jockey. Böse Sui. Da ist der Jockey. Sehr gut. Böse Sui. Ey, so langsam kriegen wir den Dreh raus. Manchmal. Ist das echt warm? Okay, das war jetzt sehr easy. Das war ja... Was, wir haben schon geschafft. Das war... Alter, haben wir überhaupt Schaden genommen? Krass. Ich minimal logisch. Ey, das war ja mal easy. Im Vergleich zu... Das war auch kaum infiziert, wie man sieht. Ja, eben, da war kaum was. Trotzdem war ich schon wieder die ganzen Tanks auf dem Gebissen. Den einen. Den einen. Okay, Flucht aus der Stadt. Das wird bestimmt gleich uncool. Oder? Ja. Ja, doch. Okay, können wir uns einigen, dass wir nicht... Oh, hier ist ganz viel herauf, Leute. Oh, die brauchen wir auch. Hier ist noch eine Spritze. Ich hab schon eine. Äh, ist hier noch irgendwas? Nicht, ich brauche schon. Waffen-Technisch bin ich okay. Warte mal, ich heile mich noch mal und nehme lieber ein Defi mit. Mal gucken, wenn ich hier sonst noch was... Ähm... Arschloch. So, Defi mitnehmen. Elektroschocker hier. Elektroschocker. Aufmulsionieren, alle Waffen machen. Scheiße, ich gehe ja, Schränke. Alles nachgeladen, alles da. Warte. Ja, wer möchte was vom Code? Ja, wer möchte was? So, jetzt können wir. Dual wielded. Motherfucker. Warte mal. Lass mal kurz. Ja, geht doch mal hoch. Und tschüss. Halte das... Oh, oh. Oh, nein. Was? Wir sollen das Burger King Schild an... Wir sollen Burger King machen. Oh, nein. Das ist nicht gut. Wir haben ja schon gelernt, was dann passiert. So, jetzt schauen wir uns noch mal drinnen um, was wir am Vorredner haben, bevor wir hier einen Lust durch die Botanik tackeln. Also hier ist es auf jeden Fall Ammo, das ist geil. Hier ist ein Medikid. Ein Medikid, da hinten ist auch noch ein ganzer Schrank voll. Hier ist noch ein ganzer Medikid-Schrank voll mit drei. Deswegen sage ich ja, merkt euch, wo sie liegen. Hier ist eine Kasse. Ähm, ich weiß jetzt nicht, soll ich lieber die Defi mitnehmen oder lieber ein Healthpack? Wir sind Waffen. Ähm, weiß ich nicht. Na, nehmen wir mal ein Healthpack mit. Gut. Ebenso oft sterben wir nicht. Das ist eher die Heilung, die ich will. Und die Defi durchhalten, um es zu besser. Eben nicht mal mit einer Schaden. So, ich habe noch meinen, meinen Anti-Burger King Schild, habe ich immer noch dabei. So. Okay, hier sind erstmal keine Zombies mehr. Hier sind keine Zombies. Sollen wir aufs Dach gehen? Da hinten ist noch einer. Tschüss. Ich finde es geil, wie der eine hier. Sag mal, steht der bei euch hier auch so halb durch Dach, halb durch Auto? Kann halt nicht. Zum Glück überhaupt nicht übertrieben, das Wetter. Nö. Heavy Rain und so. Ich will aufs Dach. Lass mich da hoch. Kann ich? Ja. Äh, warte mal. Ich bin da. Zu spät. Hier ist eine Bombe. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich finde das aber verdammt. Ich sehe nicht. Scheiße, bin runtergefallen. Komm schnell hoch. Warte mal, ich kriege dir Feuer. Ah, okay. Ups. Wow. Hunter. Der ist zum Glück einfach explodiert. Ups. Oh nein. Warte. Schießt einfach durch so, Bonnen. Ab dich. Ah, Boomer. Wie gekotzt der Wichser. Wieso können Zombies so gut klettern? Eidisch. Ein bisschen. Wer hat ein Zombie? Soll ich da helfen? Wer hat ein Zombie? Kannst du klettern. Da, der nach. Da, der nach. Da, der nach. Bam. Klopp ihn wieder runter. Sind sie weg? Sind sie weg? Ja, ist doch wahr. Sind sie alle weg? Sind die Römer weg? Oh, oh. Sind alle Gallier weg? Oh Gott. Wo ist das Vieh? Ich will einen Bürger-Tank. Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Da. Oh, fuck. Hat er gerade das Auto weggesnackt? Da ist das Ding. Kein McBürre für dich. Tod. Okay. Das kippt einfach rum wie so ein Fleischsack. Bisher läuft das sogar richtig gut. Bislang, ja. Bislang haben wir aber auch noch nicht den McBürre für mein Angebot. Ich habe Angst vor dem Moment, wenn das passiert. Oh, Tori, da kommen die Nächsten. Er hat es erwähnen müssen. Er hat es laut erwähnen müssen. Da hinten kommt das Bitter. Wo? Da hinten kommt Twilight ist tot. Hier kommen welche. Smoker, er hat mich. Hab dich. Ja, wow. Okay, hat mich. Ich habe beide. Sauber. Ich gehe runter und hole noch einen Medikit. Da kann ich vielleicht noch jemanden heilen. Oh ja, dies. Oh Gott, ich bin so langsam hier unten. Ratsatsatsong, so wieder hoch. Ja, der Zombies hochgeklebt, nur um wieder runterzuspringen. Ähm, ja, ich kann nicht mal eben. Jetzt sind Zombies, kann ich an. Ah, Gott, warten. Tank. Wo? Scheiße, das ist da. Ja, kein McBürre. Der McBürre ist aus. Du hast das Gerücht in die Welt gesetzt. Und jetzt kommen sie alle. Armin. Ich muss jetzt erstmal runter. Ich brauche Ammo. Oh Gott, oh Gott. Das sind keine Gehe. Ich hab noch eins. Ich hab auch noch eins. Ich hab auch noch eins, aber ich wollte nur sagen, dass unten jetzt keine mehr sind. Okay, gut. Das sind wir, was das angeht, aus. Oh gut, Munition, dass du das nochmal erwähnst. Noch ne. Oh, der Tank. Wo? Scheiße. Lörtlich. Da. Da. Ah, das Boot ist da. Das Boot ist da. Ja. Dann los. Au, der Tank. Das Boot ist... Der, kommst du klar? Nein. Ich hab hier ein Tank an der Backe. Ach, lass den verfahren. Er ist nach oben gekommen. Hilfe ist hier einsteigen. Los. Pfeift auf ihn. Knallt ihn ab. Wir haben eine Tradition. Nein. Shadow, bist du da? Ja, ich bin da. So schnell. Wir haben die Tradition. Er muss zurückbleiben. Nein, halt die Fresse. Wir haben es mal alle geschafft. Wir haben es mal alle geschafft. Wow. Ihr habt die mit der Tradition gebrochen. Ihr seid Wellenbrech. Die Überlebenden konnten fliehen. Die Überlebenden konnten fliehen. Wir will surrender. Surrender das Fischstiebchen. Jetzt kommt der Nachsatz. Shadow wurde im Nachhinein getötet, weil er ein Arschloch ist. Hey, wir haben nur 42 Minuten brucht. Shadow starb an Skoboot. Chris. Skoboot, das haut das Zahnfleisch weg. Das haut das Zahnfleisch weg. Ja, ja, ja. Oh, der tanzt der Einbeinigen. Ich will den tanzt der Einbeinigen sehen. Ich bin der Supersuchti, okay? Ich bin der Supersuchti, das ist schön zu wissen. Nahkampfkills hat hohe zwei mehr. Ich habe mehr Hunter auf dem Gewissen. Ich habe die meisten Charger auf dem Gewissen. Ich habe mehr Smoker. Ich habe die meisten normalen Platz geschossen. Ich bin irgendwie bisher so neutral. Ein Biest-Schadalitten. Yeah. Ich dahinter. Pfff, ich habe den wenigsten getroffen. Hat am wenigsten Verbündete getroffen. Schon wir Sozialschweinchen Vivi. Ach, Genauigkeit. Diesmal bin ich oben, sonst bin ich mal unten. Da schon wieder die meisten Verbündete. Alter, die meisten gestörten Witches. Ja, das war ich. Alle. Das ist einfach dick für alle steht. 1.464 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt. Das waren ziemlich wenige, wenn ich das mal so sagen darf. Das sind nicht genug. Ich will mindestens 30.000 tote Zombies sehen. Wenn wir mal überlegen, in der letzten waren es einfach mal an die 2.000. Ist echt so. Ja, 2.222. Ja. Und das nächste Mal sehen wir uns wieder, wenn wir unseren Regenmantel nicht mehr anhaben. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute. Hooray. 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 Vielen Dank.